Ander, ich seh mich immer noch ganz weit vorne hier. Was ist das Neue Orte? Du glaubst, dass jedes Mal da die Shipwreck da, die Zombies? Ja. Jedes Mal ist bei Shippen dieses Kack-Schiff mit den Zombies. Aber du musst doch irgendwas gehen, wenn man geistesgestört genug ist, um da hinzugehen. Ja, du kannst Kack... ...Kack... ...Ehm... ...Visitenkarten und Kack... ...Ehm... ...Braffitis bekommen. Müsst du wissen. Weißt du auch schon, was man dafür tun muss? Einfach Zombies töten auf. Zehn verschiedene Varianten. Also töten die Zombies, indem sie XY für ne Baffe nutzen und... ...und Tandam. Das geht mit Ananas. Ja. Und Tandam. Ziele sind markiert! An die Arbeit! Ziele automatisiert! Diese Position sichern! Juhu, ich hab ne Sniper! Und wenn der Sniper wird absolut gut ausgerüstet, liebe Södy! Ich hab ne goldene Pistole gefunden. Ja, genau so wertvoll. Ich hab ne Milano. Jedenfalls etwas. Ey, jetzt hab ich auch ne goldene Sniper. Ja. Ja, meine ist grau, Junge. Epische MP. Und damit komm... ganz komische Sounds, die abgespielt worden sind. Ich glaub, das sollte auch so nicht sein. Ach, bei der COD ist das bestimmt gewollt. So. Ich find was halbwegs an... Oh, ich hab ne Legendary Tool gefunden. Mach mir an. Rate mal, was ich da drin hab. In der Legendary. Wie? Nein. Alter, wo bist du? Sinti? Da oben. Der Feind nähert sich. Dann springt der noch runter. Sie sind aktiv! Ist wieder da! Kontakt! Kontakt! Granatis, raus! Hab ein... Hab einen gekillt! Hab einen gekillt! Äh... Scheint nicht mehr hier zu sein. Bei mir wurde auch die Steamwipe Sound... Ja, kann gut sein, dass ich... Kann sein, dass du den einen gedownt hast, ich den anderen mit der Dings gekillt hab. Ja, okay. Leute, danke für deine epische Sturmdusch, Basti. Hast du davon, uns anzuschießen. Ich hab einen Semtex Kill. Ich hab einen Semtex Kill. Äh, Ender. Steps bei mir. Äh... Ich komm zu dir rüber. Ja. Ja, da oben. Oh, Alter. Ich hab einen gelockt. Ja, nice. Hast du gekillt. I try... Nach hinten durchzugehen. Jo. Bin da. Ja, dann vom anderen Haus gegenüber. Ich hab leider keine Platten. Von wo? Von da. Achtung. Von der Seite werde ich schon angeschossen. Ist relativ close. Kommt der zu mir rein. Na ja, hinter uns. Dann gesandwiched. Ja, komm, meine MP macht den Null Schaden. Ist da drin? Kommt da hinten. Fuck. Brauchte zwei Schüsse, um mich zu killen. Komm. Ja, mei. Ja, mei. Ich hab ne Spieler-MP und verkacke. Verkacke. Ich hab ne Black Ops MP5-Spielerwaffe. Und mach keinen Damage, obwohl ich ihn dreihetzmal mindestens gesetzt hab. Okay, danke dafür spiel. Schöne Kulakil ist nicht drauf. Heißt nix besonderes verpasst. Geh mir mal davon aus. Das ist ne Single Shot. Boah. Da. Alter. Alter. Das war ne Single Shot, Junge. Hatte ich ein Glück, Junge. Hatte ich ein Glück. Äh, Quad. Komm zu dir runter. Ziel aktualisiert. Diese Position sichert. Euer Team. Das ist ne Vor. Oh. Du bist bei denen. Ich komme. Ich komme. Alles gut. Die sind unter mir. Da. Und unter anderem. Okay, ich bin ausgerüst. Oh, da ist auch einer. Wo? Einer down. steht vor mir. Es ist ein Projekt. Ja, K.O. Wird aber noch von einem. Ah, das bist du. Nicht die holen. Ich bin die hier. Nachladen. Wir haben noch ein paar Kills gemacht. Du hast den mit der epischen weggeholt. Äh, mit der linken dann weggeholt. Easy. Gut. Wir haben hier drin noch jemanden weggeholt. Ich verschüsse. Ja, okay. Die höre ich auch. Komm mal her. Wir haben genug. Ender. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter, was ist das für ein... Hast du schon mal trocken? Ja. Du hast ja eine Ausrüstung im Weg genommen. Alter, danke Spiel dafür die Auslieferung. Die kannst du dir auch mal zu ihm gewaltig nahe stecken. Du scheiße inkomplentes Drecks Game. Da hat plein Tim wie wieder gedacht. Oh, die sind unten bei Dings. Dann setzen wir die oben hin. Und lassen wir schraten, der Auftrag ist relativ offen, ja. Nice. Mal gleich nach oben. Okay. Ich bin gerade am überlegen, wie war nochmal der Weg hoch? Er war außen rum. Nee, es gibt hier auch hier einen Weg hoch. Wenn du jetzt links gehst, glaube ich, bin mir nicht sicher. Irgendwo gibt es hier einen Weg hoch. Ah, egal. Ist hier eine Leiter? Oder sehe ich hier Gespenster? Nee, es ist in der Laterne. Meine? Ich meine hier, oder? Ich meine, da geht's hoch. Bin mir aber nicht sicher. Hier ist eine Leiter. Ja, ja, die führt auf... Achtung, hier wurde geschossen und hier ist der Shop offen. Hat er bei uns aber gelootet. Und den Bug mit der Spezialmonie haben sie, glaube ich, behoben. Ich konnte es direkt in einem nachladen. Damit habe ich... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ich müsste es nicht. Hast du Munition abgezogen bekommen? Ja, habe ich. Sonst, das haben sie immer noch nicht. Hier wurde schon mal gelootet. Ender, komm. Ja. Da gibt es nichts mehr. Auch hier scheint schon mal jemand durchgegangen zu sein. Ja. Hier wurde auch schon mal alles gelootet. Grunde über uns. Hey, wenn die Truhe jetzt... COD. Lieber kleinen Timmy. Guck dir die Scheiße an. Wer jetzt nicht will, kommt er jetzt nicht hoch. Ich sehe da keine Möglichkeit. Wozu sind wir jetzt hier hochgegangen? Okay, liebe Spiel. Erklär uns bitte, wie man da hochkommt. Danke. Ey, hier, das hast du auch nicht gelootet. Ja, loote mal. Ich lasse es. Guck mal, dass ich einen Team hier was einfallen lasse, um da hochzukommen. Ich bin zwar ein bisschen ratlos, aber... Ey. Ja, bis hierhin komisch. Das leben nur noch 23 Teams. Okay, das ging nicht. Hoppla. Soll mir recht sein, dass nur noch 23 Teams leben. Schön. Soll mir egal sein. Wenn ich auch komplett daneben gesprungen bin. Keine Ahnung, wie man da hochkommen soll. Ich hab ne Drohne. Auch kein Heddy in der Nähe, um da hochzukommen. Weil auch welche von da kommen. Hier, bei Becker. Wie kann man so scheiße inkompetent sein? Das ist ja nicht schlechtes Game Design. Bin ich ganz ehrlich. Also da hat sich COD mal wieder Dummheit einfallen lassen. So, ich kaufe jetzt am Shop Platten. Ja, komm, gib mir auch noch welche. Also müssen wir jetzt auch nochmal Geld für mich Platten. Also ich bin immer noch fassungslos von der Auslieferung. Also von der Lautautruhe. Ich guckte auch, ob welche von hinten kommen. Ja, selbst das bringt nichts. Dein Feind kommt, ne? Ich guckte jetzt an, wer den Berg kommt. Ich guckte jetzt an, wer den Berg kommt. Ich guckte jetzt an, wer den Berg kommt. Ja, alles gut. Nice, Zeit ist abgelaufen. Okay, rein in die Zone. Ich guckte, da kommt keiner mehr. Also die Ausrüstungslieferung finde ich immer noch unglaublich, dass das Spiel es nicht hinbekommt, eine Auslieferung an dem Ort zu schmeißen, wo man hinkommen sollte. Also das ist schlecht. Also das ist einfach nur schlechtes Game Design. Tut mir leid, dass ich das sage, aber es ist einfach die Wahrheit. Vielleicht hier für Highground? Ne, ist gar kein Highground. Guter Highground. Aber hier sind wir offen. Ich hätte gerne einen persönlichen... Na komm, ohne mich halten, mach mal hier mal einen kleinen Stopp. Also ich hätte gerne meine Ausrüstungslieferung, weil ich eigentlich bin. Da ist einer gestorben. Na gut. Ich bin wahrscheinlich. Aber hey, danke für die Items, die sind praktisch. 20 Meter. Geh nach oben, ich mach Nährungsminen. Ich denke, das ist nur eine, weil der 2-Longer-Dots nicht gegönnt wurde. 18,7. Hä? Da kann ich nicht schreien, die stimmt gleich. 19,8. 21. Sehen, schieß mich an, bin tot. Fuck. Kommt, komm, 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 komm. Enda! Nicht mich hier in solchen Situationen. Es ist genau dann die falsche Situation, dafür mich zu hier. Was haben wir bekommen? War, glaube ich, auch nur Solo. Na, kannst du mich jedenfalls wieder belegen. Ich habe gehofft, er würde länger brauchen, damit er hochkommt. Nein, der war ja jetzt schon Klaus. Der braucht null. Also dafür braucht man nicht lang, um da hinzukommen, deswegen habe ich ja direkt gesagt, nee, aber egal. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass er mich so schnell wegbekommt, musst du wissen. Mit einer M13 hat er mich gemacht. Uff. Aber hey, er hat mir eine Samtex da gelassen. Hier sind sogar zwei Leute gestorben. Gehen wir mal in die Mack dann. Mal gucken, vielleicht ist die besser. Wir müssen weiter. Willst du echt weiter? Ja. Rum wird geschossen. Da ist eine Ausrüstungslieferung von uns. Da spielen wir uns die alle gegönnen, dann müssen wir jetzt nicht mehr hier auf Risiko laufen. Das ist nicht die einzige. Okay, andere haben sich schon bereits was gezogen. Ah, gib mir. Fuck. Das ist nicht meine. Da. Ja. Ich bin gerade auch nicht meine. Ich bin gerade auch nicht meine. Das ist nicht meine. Leut. Auch nicht meine. Ich bin gerade mal. I, die hat her mal, Alter. Äh. Da. Da. Da, du hast mal nicht. Sollen wir hier bleiben? Haben wir noch halben High Ground? Hm. Ich will nicht hier fliegen. Okay, nach oben. Okay, nach oben. Ich bin aber. Ich bin mir lieber. Okay, aber. 32,5 Meter. Da oben im Haus drin. Der hat gut gefressen von mir. Ich weiß nur, Samtex, der absolut schätze war von ihm. Wer von links. Oben links im Haus drin. Komm da weg. Liege unten. Der saß links am Haus. Das ist halt hier bleiben. Die kriegen Besuch im Haus. Im Haus ist ein richtig heftiger Fight. Der Fight ist jetzt zu Ende. Drei Spieler. Der ist doch was. Komm, soll ich jetzt? Oh, nee, warte. Auch noch einer. Da oben. Jo, jetzt hier. Ich treffe mich nicht. Ich bin down. Komm, 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 komm. Nice. Der ist immer noch. Seitlich kommt einer. Von der Seite kommt jetzt einer. Ich hab aber auch eine gefunden. Der wird verschossen. Boah, wir sind noch drin. Das ist prima. Der ist immer noch da. Das Schöne ist, der im Haus ist nicht mehr drin. Können wir vielleicht abcampen. Zehn, Alter, nicht. Doch, im Haus ist noch einer. Alter. Wo? Ein, der kommt da weg. Gott, ey. Ich hab keine Platten mehr. Danke. Vier Teams. Wir sind zu zweit. Zwei Solo-Teams. Das sind die hinter uns. Die zwei Solo-Teams. Da ist einer. Sind zwei Schüten, die da sind. Wir bleiben hier. Ja. Da ist einer gestorben. Da ist noch irgendwo einer. Der muss kommen. Einen hab ich. Einen hab ich. Ich hab einen. Solo-Spieler. Direkt vor dir. Ja, komm, 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 Ende. Der ist slow. Der ist slow. Der ist slow. Ja, hörst du ihn ab, Bisch. Achso, und zweite Runde. Erster Sieg. Oh mein Gott. Ja, komm, komm, komm. Bis zum nächsten Mal.